willkommen zu einem neuen richtig geilen projekt wir zocken mal wieder minecraft hardcore das letzte mal vor drei jahren 2016 haben wir jetzt staffel 2 beendet nun ist staffel 3 dran und für staffel 3 habe ich mir was richtig geiles ausgedacht und zwar wir haben für diese staffel einen gast mit dabei und zwar jonas aka king kong ist mit dabei am start jo was geht ab jo und dementsprechend werden wir online zocken erst mal zu den regeln minecraft hardcore bedeutet wenn wir beide trotzdem ist das display beendet die welt ist gelöscht kennen wir ja schon die mobs sind auch schwergestellt wenn einer von uns beiden stirbt muss derjenige dann erst mal den anderen zuschauen bis der auch stirbt unser ziel wird es sein in einer daran zu besiegen ich habe eine to do liste vorbereitet nicht mal kurz jemand zeigen kann ist auch die letzte liste aus den letzten zwei staffeln und wenn irgendwas ehrlich wurde kann ich hier einen haken setzen wie zum beispiel hier bei der eisenrüstung natürlich möchte ich die nicht die ganze zeit einblenden weil es ist dann auch ein bisschen nervig so und wir sollten das alles auf einen server ohne plugins ohne mods außer ob die fallen aber ich werde das so nicht benutzen wir uns hat noch levy moderner wird aber auch keine vorteile daraus gezogen gut ich habe weder minimap noch sonstiges genau dann gehen wir jetzt auf der spieler und dann gehen wir mal drauf wir haben uns selber noch nicht die welt angeschaut naja bin ich bin ich bin schon drauf ja wo bist du ich bin hier im wasser wo bist du ich bin an land hier okay so wir haben ja insel auch schon zuckerrohr ja gut aber sonst weiter nichts gehören wir auch erst mal die kühe töten erst mal die kühe töten das kann jetzt ein bisschen dauern ja das problem ist halt einfach jetzt hier dass wir auf einer scheiß in sie ist und sind keine sound ach jetzt habe ich sonst ausgeschaltet so ich habe zwei fleisch ich habe vier fleisch okay ist doch nice das zuckerrohr nehmen wir mit laufe am besten gar nicht erstmal nur normal gehen solange wir noch nicht in der essensversorgung haben ja und dann würde ich sagen wir schwimmen einfach jetzt in irgendeine richtung oder gibt es da hinten noch bäume ich wollte das um nicht benutzen da hinten gibt es nicht nix da schwimmen wir einfach hier in die richtung so let's go das wird jetzt sehr sehr spaßig aber alles alles gut alles gut das ist natürlich jetzt sehr so doof die folgen werden wöchentlich jeweils dienstags und donnerstags 16 uhr online kommen also so gesehen zwei folgen pro woche wir werden die dann auch immer aktuell halten außer jetzt die ersten sechs folgen weil nächste woche ist jonas im urlaub danach bin ich im praktikum eine woche bedeutet wir müssen da erstmal diese woche vor produzieren aber danach werden die folgen wieder aktuell sein bitte wenn ihr irgendwelche kommentare schreibt können wir dann darauf dementsprechend auch reagieren zeitnah reagieren so ich ich verwende immer zoomen ist ein bisschen doof aber egal da hinten ist eine insel schon ja wir zocken auf der micro version 1.8 die letzten staffen haben wir ja auf der 1.9 beziehungsweise glaube auch 1.10 gezockt nur zu zweit möchte ich jetzt aber habe ich jetzt nicht so die lust mit den neuen pvp system mich darum zu stellen wie auch immer aber ich hoffe mal ihr euch gefällt das projekt und ich hoffe mal ihr bleibt dann dementsprechend auch dran ja ja und nur eine kleine insel die kann bräuchten eigentlich theoretisch nur ein einzigen baum weil das reicht aus für zwei boote und dann können wir mit dem boot herumschiffen eine insel mit zwei bergen so denken wird wird das land immer höher ich hoffe mal das wird dann später zu einer insel wäre möglich ich weiß es nicht kommen wir einfach mal ja das sieht sehr gut aus das sieht ein sehr sehr gut aus ja das ist eine insel oder oder ich bin mir jetzt nicht sicher ja es geht es auf jeden fall ich sehe zwar noch keinen baum aber das scheint größer zu sein ja das ist festland ja ich sehe bäume dann auf zu den bäumen in der nacht müssen wir sehr sehr vorsichtig sein bedeutet erst mal ein steinschwert machen oder erst mal ein holzschwert dann später steinschwert und eventuell müssen wir uns irgendwie in der höhle verkämpfen über nacht weil so eine nacht gerade die erste nacht ist dann sehr sehr schwierig zu überleben wir müssen überlegen wir müssen alles daran setzen dass wir überleben uns auch gegenseitig beschützen bedeutet wir können schlecht sagen jonas du gehst in höhle und ich baue um das haus das funktioniert nicht ja auch schwachsinnig genau so wir sind fast da und dann kannst du richtig losgehen die sonne geht schon unterschied da geht sie schon unter ja ich glaube schon das heißt möglichst viel holz herzuholen und dann eine hülle suchen wo wir uns bekämpfen können rechts sehe ich schon was aber doch rechts lassen schwarzes loch ja ach nein es ist alles dass das was das mal wieder hin 0 wo er folgt und drei stämme dann auch manchmal der schweiz hat uns schon mal gut ohne wer ich habe noch nicht gesagt ich habe euch erst mal schon mal werfen und so gemacht spitzhacke und wir haben ja kein word edit drauf bedeutet wir können ja auch normal mit der arzt hier arbeiten ich habe hier auch kein op also wenn ich hier game mode 1 eingebe kein op das wäre aber natürlich geben könnte ich per console könnte ich mir das geben aber mache ich nicht aber wenn dann gleich erstmal in die hülle rein ich würde erst mal sagen vielleicht wenn wir hier und da noch mal ein tier für naro und danach geht es in die hülle wir müssen den tag jetzt nur ausnutzen wir habe ich ein hasen ja kürzen warum er bringt doch nichts jetzt kann man was im fleisch wenn das ist ein kleiner baby also da drüben sind schweine anders bei julians naja zu den zeilen und bedeutet wir können die nacht nutzen und schnell koppel fahren und dann das essen schon mal braten schafe schafe das ist ja so gut dann können wir uns besten machen naja ist aber ich habe nur vier wolle bekommen wo noch so schlimm ein wird reich doch erstmal also ja es ist okay die sonne geht unter wir müssen uns zu dieser lüge bewegen überhaupt eine ja gut hier gibt's kohle ja immerhin ich mache hierzu da habe ich schon mal eine werkbank ach du hast schon eine picke ja ich habe schon eine picke ja dann gib mir da mal den koppelstil bitte jo da habe ich mir schon mal eine steinpicke hast du bekommen ja ich hole nochmal ich hole schon mal dann die kohle ab ich mache uns mal einen steinschmerz für den notfall jo eigentlich würde ich gerne mal meinen tp kurz wechseln das kannst du machen also wir sind jetzt hier sicher ja ich steck's mal ganz kurz ich habe dir mal ein schwert hingetan und offen dass ich nicht rausfliege ich muss mal kurz meine neuen offen auf f packen so endermen ojo mit endermen habe ich in minecraft hardcore sehr sehr schlechte erfahrungen gesammelt nein ernsthaft mensch wo ist es denn jetzt ich wollte jetzt nicht ewig und drei tage suchen ihr könnt ja mal auch gerne eure meinung zum projekt mal in die kommentare schreiben was ihr davon jetzt erhaltet generell die letzten zwei staffeln waren ja single player bedeutet da war ich auf mich alleine gestellt jetzt ist das natürlich ganz anders ja ich habe das ständige halt auch bekommen wunderbar und ich habe das für staffel 3 schon seit damals geplant wo geht seit 2016 dass man da ein multiplayer zockt ich glaube ich habe das falsche tp ausgewählt ich habe da damals schon irgendwie angeteasert staffel 3 wird ein bisschen anders wird ein bisschen spezieller hast du schon einen ofen gemacht da bin ich gerade dabei aber ja ich kam nie dazu ups danke ich habe dir auch mal das in das Fleisch gedroppt ah nice ich muss sowieso nochmal meinen tp kurz sechs hin oh nicht sehr schön ich spiele hier auch ohne shader stimmt ich werde auch hier das default texture pack rein nehmen hatte ich damals in den anderen beiden staffeln nämlich glaube auch gemacht daher mache ich das hier dieses mal auch FBS habe ich mit default ich möchte halt auch dass ich minecraft hardcore vom normalen let's play minecraft und genau von dem anderen minecraft videos so ein bisschen abhebt daher nehme ich hier ohne shader ohne texture pack und ohne musik ihr hört im hintergrund auch keine hintergrund musik weil wir uns hier komplett auch auf die sounds verlassen müssen bedeutet wenn wir uns haben ah ja jetzt habe ich das richtig tp wenn wir einen zombie sound hören wie zum beispiel gerade jetzt da müssen wir dementsprechend halt aufpassen so ich mache mir auch mal eine stein picker ich würde sagen wir machen Hälfte Hälfte mit dem Fleisch oder können wir gerne machen ich habe noch acht anderes Fleisch ja okay dann nehme ich die sieben und du nimmst die acht ich habe dann noch rohes rindfleisch drei stück leder etwas kommen wir hier weiter nach unten vorsicht hier ist irgendwie in einem mann aggressiv glaube ich ja ich habe es auch gehört der ist aggressiv ich sehe seine partikel der ist hier nicht hinschauen nicht hinschauen das hier rechts beim sand zwischen sand und holz ich habe seine partikel gesehen weil da müssen wir besonders vorsichtig sein der kann sich ja auch hier rein tippen wir brauchen mal fackeln ja ich habe keine kohle mehr ich brauche ich brauche uns mal ein bisschen weiter nach unten ja ich hole noch ein bisschen koppel ja zombies okay passt gut auf wenn du eine höhle findest wir gehen erstmal noch nicht in der höhle rein ich höre den zombie immer näher ja der ist rechts von mir ich habe eisen ja nice acht stück ja nice ich muss mal kurz meine zoomtaste auf eine andere taste plack legen also ich muss ganz ehrlich sagen ich benutze das zoom gar nicht ich bin ich benutze eigentlich zoom immer sehr sehr viel wie denn ist dein fleisch ja danke so ich muss gleich auch mal ein fleisch essen nice eisen was war noch mal auf der to-do liste eisenrüstung genau als erstes eisenrüstung damit wir halt mehr aushalten äh hülle okay nicht reingehen ich schaue mal kurz ob wieder tag ist und ob es immer noch nacht ist und es ist noch nacht macht so macht so macht so gehört auch vorschlagen wir bleiben erstmal hier oben oder ja solange wir halt noch nacht haben wenn wir tag haben müssen wir weiter wir müssen ort suchen wo mehr fläche ist wo man auch was bauen richtig hinbauen kann und wo es vielleicht jetzt einfach mal in die höhle gehen wenn wir gerne versuchen wir gerne versuchen passt sehr so gut auf und wir müssen bedenken wir können uns auch gegenseitig schlagen okay hier ist es gehst du vor oder soll ich vorgehen ich gehe vor lass mich aber kurz hier mal mein dings verschwinden ich habe keinen Bock dass wir uns seit dem impfen zu haben okay weg 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 komm hier rein in die hülle ich bin ausgeliefert enderman und ich lege ich habe ihn sehr schön nein dennis mach zu mach zu mach zu mach zu komm her ist du oh mein oh nein ich habe eine kartoffel bekommen geil wie viel hp hast du äh 6 aber ich regeneriere langsam was ich mal erst vor ich habe dich auch auf einmal aus Versehen einmal geschlagen ich habe es gemerkt es ist nicht so schlimm er hat so richtig schlechtes gewissen dass du jetzt wegen mir drauf gehst in der ersten folge schon ich würde sagen wir wollen wir uns beide ein eisenschwert erst mal machen wir haben ein steinschwert das macht kaum was aus wenn wir ein eisenschwert jetzt haben ja dann lass uns beide schon machen oder jo wir suchen erstmal eine andere fläche und wir holen halt eisen am besten wirklich von hüllen anfängen wir gehen in keine hülle wirklich so richtig rein noch nacht okay so ich packe hier achso das ist angebraten aber das ist die drei ich habe weizenkörner ja nice wenn wir dann später auf dem feld anfangen du bist ja das feld hier ich bin wieder voll ap wollen wir vielleicht noch mal kurz da reingucken nein auf keinen fall das war eben gerade schon viel zu knapp könnte auch endlich mal wieder tag werden ja aber ich denke mal es wird gleich tag da ist ein skillet ja es wird tag ja es wird tag oh ne es hat mich angeguckt ja es wird tag wunderbar ich baue schon mal Ofen und Werkbank ab ja ich habe Ofen ja Enderman hat sich weggeportet jo hallo Skeletz was ist gerade angreifen warte ich baue auf und dann du baust mal das untere auf und dann das obere ja ist nicht so schlimm alles gut ist noch eins okay habs vorsicht vor creepern nicht dass ein creeper von hinten kommt oder so aber ist ein zombie das ist ja alles clean wunderbar ja wir haben wir noch mit für die level jo ja wir brauchen wir eines Tages auch sehr so viel wo wollen wir erstmal lang gehen zur wüste und vielleicht ein wüstentempel finden vielleicht findet man da paar diamanten oder so ja einfach mal durchstreifen wir sind am besten nicht lange zu lange drin dann los komm jo ich habe so ein richtig schönes pack drinne ja wie gesagt ich spiele ja mit default ich bin auch gerade im überlegen aber ne das ist halt so ein richtig geiles pack das ist so schön okay weil das übrigens die folgen werden so 20 bis 30 minuten lang bedeutet ist bisschen variabel wir werden die folgen versuchen ein bisschen länger zu halten weil ja nur zwei folgen pro woche kommen ich möchte mich mit minecraft hardcore auch nicht zu doll übertreiben es läuft ja seit diese woche auch wieder minecraft zumindest wenn alles klappt lauf mir nicht weg jonas achte was noch gar nicht da ich dachte was direkt hinter mir so kaktien für kaktusgrin keine ahnung nicht unbedingt ja ich nehme es trotzdem mal mit da wollen wir dann hier erstmal durch die wüste laufen oder was genau ich drücke die ganze zeit instinktiv auf c wegen so merke so irgendwie funktioniert das nicht hier ist noch eine höhle wir können zum höhlen eingang mal schauen ob da ein bisschen eisen ist wir brauchen ja nicht so weit ja hier ist gleich eisen das nehme ich mit jetzt ich baue es ab ok und da geht es eben wieder raus und ich baue mit dem essen also ich esse erst wenn ich wirklich essen muss genau ist auch richtig so wir laufen durch eine wüste hier gibt es keine tiere bitte wenn wir kein essen mehr haben sind wir aufgeschmissen dass wir noch kurz reinkaufen ja hier ist aber nichts hier eventuell vorsicht da kann man unterfallen hier ist noch eisen ich baue ab beschützt mich ja wir brauchen ja hier zwei eisen russis nicht nur einer wie sonst wenn wir uns jetzt mal was essen ok ich habe sieben eisenerz ok ich habe gerade fünf bekommen bedeutet wir können uns dann schon mal ein bisschen was machen gehen wir mal weiter wenn wir einen tempel finden da ist wasser da will ich nicht hin das ist kein großes biom hier leider da drin ist zuckerrohr zuckerrohr habe ich vorhin schon mitgenommen das brauchen wir nicht ja ich auch ich habe auch zu brauchen gehen wir mal in diese richtung jonas ok ich möchte nicht zum wasser den knochen nehme ich auch was so mit oder ja knochen ist immer gut für knochenmehl ja wenn wir wirklich so weit kommen werden wir ja auch 1.000 neta gehen während der lohnstaub farmen und 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 hier ist wasser bist du ja dann würde ich sagen machen wir uns ein boot und schwimmen nochmal woanders hin ich habe gleich kein essen mehr ich habe noch was da komme ich mache und zwar kurz hier eine werkbank ich habe eine werkbank aber egal verboten mache ich jetzt auch hier dein boot danke sehr ich baue hier ab so war mal lang einfach geradeaus aber dennis das was du mir gezeigt hast mit diesem er dass es erlaubt oder dass ich mal nach dir gucken kann ja mach das ruhig weil es ja nichts anderes außer wie f5 genau von mir aus kann ich auch die ganze zeit f5 drücken das wäre auch egal da drücken sich land ich wollte schon wieder c drücken ja vielleicht auch die ganze zeit aber oh geradeaus ist land ja eine schöne savanne mir ist ja das biome egal wo wir dann uns niederlassen wasser sumpfbüren ob es aber es gibt tiere genau sumpfbüren na gut da will ich ja weniger hin weniger in slimes die können einen auch killen wenn man keine rüstung hat das boot ich habe jetzt keine lust hinterher zu rennen verschwimmen lass erstmal nach tieren gucken jo wollen wir uns dann vielleicht hier auch eine base aufbauen du links ich nehme hier rechts was wir noch unbedingt brauchen sind zwei schafe für wenn wir nämlich auch die nacht überspringen vielleicht wäre es noch ein ziel für diese für diesen tag mhm okay bin kutschubser denken bist du so was ist mit der sonne die ist es ist gerade 12 uhr ok ja das ist halt auch schon bei mir sind auch noch kühe also ich nehme das ganze essen mit jo ist richtig so es ist auch schon so lange her seitdem ich mich das letzte mal wirklich in minecraft an die sonne gerichtet habe um zu sehen wie lange der tag noch geht ja ich habe sechs level bisher ich habe drei so dann schauen wir mal jetzt nach schaffen da drüben villagerdorf ja wollte ich nämlich gerade auch sagen oh mein gott da gibt zwar keine wolle aber da sind wir halt ein haus geschützt mega geil wollen wir da bleiben können wir ja auf jeden fall wir haben ja hier die savanne in der nähe ja dann lass doch gleich da bleiben jo haben wir auch schon feld brauchen uns nicht unnötig aufwand machen genau genau da guck mal was willst du mehr ja perfekt wenn hier noch eine schmiede dazu ist das wäre noch mega geil aber ich sehe keine schmiede schade ne ich auch nicht schade ne keine schmiede aber fällt mit rüben und so das ist schon genial ich würde die da lassen für eine handelsborn das stimmt einfach nicht kühlen ja wir brauchen ich brauch den ofen war vielleicht in das haus erstmal reingehen ja das ist ein süßes kleines haus mit feld hier auch gleich zum anbauen ja und terrasse das nervt mich so ein bisschen hier das nervt mich so ein bisschen hier ähm ich werde noch folgendes machen ich werde mal die koordinaten in den chat schreiben damit wir die später noch haben falls wir nicht mehr zurück finden ob sie ob sie ob sie jetzt bekommt sorry ich will schon alle ganz schön teuer ja für kohle kann man jetzt markt bekommen das ist schlecht ob man so für hier stimmt da werden wir mal da werde ich mal kurz wo wirst du hast du noch das zuckerrohr bitte danke sehr wenn man hier mal ein feld um funktionieren zum zuckerrohr form da hier du haben kartoffeln danke weil man später auf jeden fall noch zuckerrohr braucht in massen da gibt es hier aus ihm ab wunderbar weil mir das fällt dann hier zur karotte machen können wir gerne machen ja passt das hier drüben auch noch vielleicht zu kartoffeln ja von mir aus hier und das fällt können wir ja ohne vorn ist lava okay passt da gut auf ja gut dann haben wir es diese folge noch nicht geschafft mit betten die folge erkläre ich dann jetzt auch erstmals bin ich würde sagen wir versammeln uns mal kurz in unserem haus ich werde angeschrieben ja oh den eingang hast ja schön gemacht ja hallo bibliotheker dann sehen wir uns in der nächsten folge von minecraft hardcore wieder am donnerstag um 16 uhr bis dahin wir spaß euch noch wieder ein und bye bye tschüss Sikowski See you.